Heute sprechen wir über ein faszinierendes Buch, Drive, The Surprising Truth About What Motivates Us, von Daniel H. Pink In Drive geht es um die Motivation und was uns wirklich antreibt. Pink argumentiert, dass traditionelle Belohnungen und Bestrafungen nicht immer die besten Anreize sind. Stattdessen betont er drei Schlüsselelemente der Motivation, Autonomie, Meisterschaft und Zweck. Autonomie bezieht sich auf unsere Fähigkeit, selbstständig zu handeln und Kontrolle über unsere Arbeit zu haben. Meisterschaft bedeutet, ständig besser in dem zu werden, was wir tun. Und Zweck ist das Gefühl, dass unsere Arbeit wichtig und bedeutungsvoll ist. Eine der größten Erkenntnisse aus dem Buch ist, dass wahre Motivation von innen kommt. Es erfordert Disziplin, aber mit den folgenden Schritten könnt ihr den Mehrwert, den Pink bietet, wirklich nutzen. Setzt euch klare Ziele und visualisiert den Weg dorthin. Schafft eine Umgebung, die Autonomie fördert und euch erlaubt, Entscheidungen zu treffen. Sucht ständig nach Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Meisterschaft. Verbindet eure Arbeit mit einem höheren Zweck oder einer Mission. Wenn ihr mehr über die Geheimnisse der Motivation erfahren wollt, ist dieses Buch definitiv einen Blick wert. Und wenn ihr mehr solcher Buchzusammenfassungen hören wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.